Trotzdem ist es so, sagst du zumindest, und das fußt bestimmt auch auf Forschung und Überlegung, dass deiner Meinung nach Frauen mehr Spaß am Sex haben als Männer. Eine Minute haben wir noch Zeit, um dieses Thema zu beschäftigen. Das kann man ganz einfach klären. Das kann jeder machen. Das können sich alle hier mitmachen im Studio oder auch draußen. Man kann das testen, wenn man sich das Ohr juckt. Normalerweise ganz diskret schickt man einen kleinen Finger ins Ohr. und wackelt so ganz schnell damit hin und her. Jetzt frage ich euch, ich frage dich, was fühlt sich danach besser an? Der Finger oder das Ohr? Ich frage dich. Ich frage dich. Ich frage dich. Vielen Dank.